Da kriege ich so einen Kick, jetzt bin ich Feuer und Flamme. Aber ist das dann von der Struktur her falsch? Weil jetzt hier hast du das Feuer entzündet, nennen wir es mal so. Du hast das bei euch ins Team gebracht, jetzt brennen alle dafür, das ist ja auch das, was Andreas und ich immer wieder diskutiert haben. Und in den Konzernen oder auch in größeren Unternehmen wird halt so, mach mal eine Weiterbildung oder mach mal eine Ausbildung. Mach mal so dieses Intrinsische, das fehlt ja, sondern es ist ja im Prinzip eigentlich, ist es wie so ein Befehl auf Papier, wo steht, hey, ihr habt ein Kontingent von vier Weiterentwicklungsmöglichkeiten dieses Jahr, sucht euch irgendwas aus, das sind eure Auswahl, ihr müsst aber diese vier machen. Und dann sitzt du als Mitarbeiter da, hast eine Auswahl, die für dich vielleicht sogar gar nicht zutreffend ist oder einfach dich auch null wirklich intrinsisch motiviert, wo du sagst, da kriege ich so einen Kick, jetzt bin ich Feuer und Flamme, das, was du gerade beschrieben hast, sondern da liegt es doch an der Struktur. Also wenn ich mir angucke, was du jetzt gerade gesagt hast und dieses Selbst-Education und dann packst du auf der anderen Seite einfach ein Konstrukt drüber und sagst, ihr seid alle motiviert auf Themen, aber ich stülpe euch jetzt was über und lasse euer Thema gar nicht mit rein. Es ist der Schlüssel, das ist dieser Mythos auch vom Selbstlernen. Jetzt wird die ganze Welt selbstorientiert für ewig lernen. Du brauchst Menschen, die das Feuer entfachen, du brauchst einen Gary Vaynerchuk. Du machst die nächste Veranstaltung nicht, hey, hier ist eine Auswahl von zehn Weiterbildungssachen, sucht euch mal eins aus, was soll ich machen? Nein, wir geben jetzt vor, wir machen jetzt eine Veranstaltung und die Veranstaltung wird nicht klassisch sein, sondern ihr holt euch einen Impuls-Vortragenden oder zwei. Ihr holt euch einen Gary Vaynerchuk, ihr holt euch einen Andreas, dich, du stehst dann auf der Bühne und redest, so haben wir den Podcast gemacht, so haben wir das ausgetestet. Das ist ein Format, du quatschst über NFT, du holst die Experten aus dem Haus und dann wird das Feuer entfacht. Und das ist genau das Problem, das sich dann wieder projiziert von der Business-Welt B2B in die, oder da kann ich aus der Schule und aus der Uni berichten. Das ist so, so und jetzt habt ihr hier das und dann lernt mal selber. Ne, da muss einer sein, wie ich im Internet. Der steht dann irgendwie mit dem Bizeps vor der weißen Tafel. Die Nächsten sagen sich, oh, da ist Lehrer Schmidt, das ist jetzt so ein anderer. Das ist wirklich ein Lehrer aus der Schule, der Videos produziert. Der geht ab und zu mit einer Selfie-Kamera, macht dann Gassi to go und spricht über New Learning. Ja, aber das ist irgendwie so, der motiviert, dann redet der über, was in der Schule gerade nicht läuft, was aber Lösungen sind und dann bist du motiviert und dann entfachst du ein Feuer. Und das ist genau der Punkt, du musst das halt, und wenn man jetzt als Unternehmen sagt, ja, aber wir haben keinen, der da so bei uns im Leadership-Team genauso steht, ja, dann macht eine Veranstaltung und holt euch Impulsvortragende. Deshalb werden ja auch Impulsvorträge immer ziehen, ja, und am besten eben vor Ort. Jetzt muss man natürlich immer in der Pandemie gucken, aber das geht ja jetzt ja Gott sei Dank auch so digital. Allein, wenn wir drei jetzt hier quatschen, dann ist man schon wieder motiviert und irgendeiner, und ich werde den Podcast ja auch teilen, irgendeiner sagt dann, okay, ich habe da heute dieses NFT-Blockchain-Technologie, ich beschäftige mich jetzt damit, nehme ich mal mit, die haben irgendwie ein Feuer im Fach, da muss irgendwas sein. Das ist so, ob jetzt alle im Metaverse sind, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, weiß ich noch nicht, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und dann ist der, dann ist der, dann springt der Funke über. Das ist der, dann ist der, dann ist der, dann muss ich sonst noch in der drei Kai, aber auch mit ihr denken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann kommt noch nicht mit euch dran. Nee, wir sehen uns noch in der